Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel, Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen sie ihren Techniker im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly, sie wurde ziemlich ehrgeizig. Sie hat Neuromods gestohlen, Fabrikatorpläne und hat die Konkurrenz von Tränster verkauft. Ja, ganz gut, so ist es nicht. Caspar hat jetzt ihr geistiges Eigentum. Lilly hat mich gezwungen, einige der alten Alarmzentralen auf der Talos zu modifizieren, die als tote Briefkästen zu nutzen. Einige enthalten bestimmt noch Unternehmenseigentum. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann gehen sie auf. Jedenfalls wollte ich nie, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Das Ganze hat sich irgendwie verselbstständigt. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. So gut es geht. Das ist alles. Der Antrage 9, Operator. N, den 9, Blackbox, Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie das. Unterbrechung. Unterbrechung. Vielen Dank. Unterbrechung. Sterne. Ziel. Kein Elienmaterial entweckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Was ist das? Okay. Fox 7. Fox 7. Kontakt verschwunden. Ich bin... Wir antragen neuen Operator. M-C-N-9-Blackbox-Operator. Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung ein. Huch! Ah! Gute um! Gute um! Gute um! Unde. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Bye... ... 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 ...... ... 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 ...... ... 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